Hi und herzlich willkommen bei Search One, dein Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha. In diesem Video geht es um Bloxy, ein besonders innovatives und superschnelles WordPress-Theme, das es auch in einer kostenlosen Version geht. Hier in diesem Video schauen wir uns die Premium-Version an. Wir werden diese so richtig durchtesten und sind selbst schon gespannt darauf, wie gut es gegen zum Beispiel den Hauptkonkurrenten Cadence sich schlägt. Denn Cadence ist schon mal so richtig gut, vermutlich aktuell sogar das beste Block-basierte Gutenberg-Pagebuilder-Tool. Okay, es kann losgehen. Was bietet Bloxy? Zum einen eine ganze Reihe an Starter-Sites, die sehen wir hier auch auf der Unterseite. Die Anzahl, würde ich schätzen, ist ungefähr genauso umfangreich wie Cadence. Und was die Layouts betrifft, so sind diese auch sehr ansehnlich, können durchaus mit Cadence konkurrieren. Es sind insgesamt nicht sehr viele, aber ausreichend, um beim Design in Schwung zu kommen. Außerdem legt es hohen Wert darauf, sehr schnell zu sein. Die Key Features, Gutenberg-Ready, das ist auf jeden Fall super wichtig für uns. Fully Responsive, super. Kompatibel übrigens mit Brizzy Elementor und Beaver Builder. Für uns aber wichtig, die Gutenberg-Unterstützung. Alle Optionen im Customizer einstellbar, das ist super, genau wie bei Cadence. Sehr viele Möglichkeiten im Header-Builder. Globale Farbauswahlen, lokale Font-Unterstützung und Blöcke, Blöcke, Blöcke. Das ist besonders wichtig. Wir fokussieren uns nicht auf die WooCommerce-Integration, aber es ist immer gut, wenn ein Theme das vollständig unterstützt. Und hier sind nochmal alle Core-Features im Überblick. Das Lizenzmodell ist übrigens auch sehr angenehm. Es gibt im Prinzip nur Personal, Professional und Agency. Das macht dann die Pro-Version aus. Und 99 Dollar für Unlimited Licenses ist natürlich auch ein super Preis. Definitiv konkurrenzfähig. Und es gibt eben nur die Free- und die Pro-Version. Die Pro-Version enthält alles, was es zusätzlich noch gibt. Schön einfach also. Nach dem Kauf bekommst du eine E-Mail, da ist der Code drin, hier zum Teil von mir verdeckt. Auch deine Account-Daten mit Passwort. Sobald du dich dann angemeldet hast, kannst du hier im Dashboard unter Downloads den Bloxy Companion runterladen, was ich unten links schon getan habe. Aktuell ist auf unserer Test-Domain allerdings noch gar nichts vorhanden. Nur das Basis-Theme und jetzt geht es darum, erstmal Bloxy zu installieren. Also in das Dashboard und dann erstmal das Theme installieren. Das ist ja kostenlos, das heißt, wir können es direkt bei Design Themes und Theme hinzufügen. Einfach mal suchen und dann installieren und aktivieren. Siehe da, das Theme bietet direkt an, den Companion so zu installieren. Machen wir das doch. Dann haben wir uns das Hochladen der SIP-Datei gespart. Automatische Updates, warum nicht? Und schon ist Bloxy und der Companion installiert. Unter Bloxy-Account kann man dann die Aktivierung vornehmen. Das war nicht ganz so einfach, aber ich habe es dann letztendlich hinbekommen. Lag vor allem daran, dass ich hier in dem WordPress mit einer anderen E-Mail-Adresse registriert bin. Und dann musste man erst das Ownership ändern. Und die Anleitung dazu hat aber hier oben gestanden. Und zum Schluss konnte man dann auf den Personal Plan upgraden. Es hieß aber, ich solle dennoch die SIP-Datei installieren. Mal schauen, ob das wirklich stimmt. Also unter Installierte Plugins ist der Bloxy Companion aktiviert. Aber anscheinend soll man trotzdem nochmal hochladen. Wir probieren es einfach mal aus. Unter Installieren, Plugin hochladen, Datei auswählen. Hier ist die SIP-Datei. Jetzt installieren. Plugin aktivieren. Ah, und ich glaube, wir haben jetzt hier die Content-Blocks hinzubekommen. Pro Version, das sieht alles richtig aus. Also muss anscheinend die SIP-Datei dann doch nochmal installiert werden. Obwohl wir eben die Möglichkeit hatten, den Companion auch so über die Oberfläche zu installieren. Das Bloxy-Theme ist jetzt bereits installiert. Wir brauchen aber jetzt noch einen Block-Editor. Einen Block-Builder. Im letzten Video haben wir ja über Cadence-Theme gesprochen. Und auch hier haben wir den Cadence-Block-Builder verwendet. Der aber vom Hersteller direkt entwickelt und angeboten wird. Das ist bei Bloxy anders. Bloxy verlässt sich hier voll und ganz auf Drittanbieter. Ich erkläre einfach mal, was das bedeutet. Und zwar im Theme selbst sind die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel für den Header und den Futter. Und im Customizer kann man es ganz gut sehen. Hier Header, Futter, Seitenleisten, die Fonts, wie die Block-Beiträge und die Seiten aussehen und so weiter. Nur das hier in der Mitte, die Inhalte, die Überschriften und Bilder und Galerien und so weiter, die kommen vom Block-Editor. Also Block mit CK, nicht dem Block-Editor, sondern dem Block-Editor. Das lässt sich schön sehen, wenn wir hier auf die Starter-Sites gehen bei Bloxy. Hier gibt es eine Menge Starter-Sites. Wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann sehen wir, die ist für Gutenberg, die ist für Gutenberg und Brizzy. Weiter unten haben wir auch Elementor. Hier ist eins nur für Elementor und so weiter. Und die sind alle kompatibel mit Bloxy, erfordern aber jedes für sich unterschiedliche Plug-Ins und auch unterschiedliche Block-Bilder. Das kann man zum Beispiel sehen, wenn man hier auf Import geht und dann Next dieses Wedding-Theme oder das Starter-Pack. Benutzt WP Forms und Stackable, das ist einer. Und noch eine Galerie. Machen wir dazu. Und hier unten ist zum Beispiel das Business, was wir verwenden werden. Wenn ich hier auf Import gehe, dann gibt es die Auswahl für Gutenberg und dann Cubely. Weil das könnte dich schon ein bisschen durcheinander bringen, wenn du dich das erste Mal mit diesen Block-Bildern auseinandersetzt. Vor allem bei Cadence ist es so, dass alles aus einer Hand kommt. Und bei Bloxy, da kommt nur das Theme und du musst zusätzlich noch einen Block-Bilder verwenden. Und diese beiden werden unterstützt. Es gibt einmal Stackable. Hier sieht man auch schon, hier sind die verschiedenen Blocks, Buttons, Icons, Spacer, Containerblöcke, Zeilen und Spalten, Kartengrids, Akkordeons und so weiter. Und dann gibt es da noch Cubely. Und das ist vergleichbar mit Stackable. Das sind quasi Hauptkonkurrenten. Hier unter Blocks sehen wir auch, es gibt über 39 Stück davon. Und etliche Vorlagen. Und dann haben die sogar auch noch Startup-Packs, also auch nochmal Website-Vorlagen. Ja, ich weiß, das ist auf jeden Fall etwas viel Information. Aber gerade als Anfänger könntest du damit überfordert sein, zu wissen, welche Kombinationen an Plug-Ins und Themes und Block-Bildern da am besten zusammenpassen und richtig gut funktionieren. So, ich hoffe, ich konnte das einigermaßen klar erklären. In diesem Tutorial schauen wir uns die Kombination von Blocksy und Cubely an. Das heißt nicht, dass Stackable schlecht wäre oder so. Aber wenn du zum Beispiel Cubely beherrschst, dann wirst du auch keine großen Probleme haben, mit Stackable zu arbeiten. Die ähneln sich doch schon sehr in der Bedienung. In Nuancen sind sie unterschiedlich. Aber das Prinzip ist halt immer das gleiche. Du klickst auf den Button und es wird dein Content-Stück eingefügt. Wir verwenden dieses Business-Layout, diese Vorlage. Können wir uns auch mal kurz angucken. Das ist die Vorlage auf der Demo-Website vom Anbieter. Und da sehen wir auch, da können wir ein Bild platzieren und haben unser Menü oben. Boxen, Buttons, zweispaltige Blöcke, Call-to-Actions und so weiter. Also installieren wir doch einfach mal dieses Business-Starter-Pack-Import. Von mir aus können wir das Schalt-Theme verwenden. Das spielt jetzt für unsere Demo keine Rolle. Im Prinzip bedeutet das, dass wir auch an den Dateien des Themes Änderungen vornehmen könnten, ohne dass die beim nächsten Update überschrieben werden. Aber wir haben ohnehin nicht vor, da Änderungen dran vorzunehmen. Deswegen ist das ganz okay. Also guten Berg und dann Next. Jetzt wird Cubely und WP-Forms installiert. Next. Ich installiere jetzt mal alle Optionen und den Content auch. Install. Es installiert fröhlich vor sich hin. Circa zwei Minuten später können wir uns die Site einfach mal angucken. Und in der Tat, wir haben jetzt die gleiche Site wie auch im Demo-Bereich des Herstellers und können die jetzt nach unseren Wünschen anpassen. So, weil wir hier keine halben Sachen machen bei SearchOne, habe ich zusätzlich noch die Pro-Version von Cubely lizenziert. Und ich bin hier im Downloads-Bereich und habe das Paket schon runtergeladen. Jetzt muss ich die Datei nur noch installieren. Wie immer über Plugins installieren, hochladen. Ein Trick ist auch die Datei hier unten im Browser anzufassen und dann einfach hier drauf fallen zu lassen. Jetzt installieren, aktivieren. Hier ist sie schon installiert und aktiviert. Jetzt müssen wir noch die Lizenz bestätigen. Dazu gehen wir im Dashboard bei Themium in den Bereich Licenses und können hier unsere URL hinzufügen. Ich füge mal diese URL hinzu. Diese Box hier aufgeklappt, da steht der Lizenz-Key. Nee, den habe ich mal kopiert und dann hier eingefügt und bestätigt. Und schon ist Cubely Pro lizenziert. Cubely bietet ein paar Einstellungsmöglichkeiten, darunter Google Maps Key, Recapture und so weiter. Unter Advanced kann ich noch auswählen, was alles dazu geladen wird. Ich lasse es mal so, wie es hier voreingestellt ist. Das bedeutet, dass die Website insgesamt ein bisschen schwerer wird. Aber optimieren können wir später immer noch. WP Forms wurde ja von Bloxy ebenfalls installiert. Und hier wurde auch schon ein Kontaktformular hinzugefügt. Das ist jetzt nur die Lite-Version, aber ich glaube, für diesen Test ist das alles, was wir brauchen. Wenn überhaupt, denn Cubely selbst bietet auch einen Formbilder und den werden wir uns im weiteren Verlauf auch nochmal genau angucken. Auf der Website ist mir aufgefallen, dass wir noch keine Permalinks haben. Das heißt, wenn ich auf eine andere Seite navigiere, haben wir immer noch diese Parameter hier. Das ist weniger schön und das können wir jetzt mal in den allgemeinen Einstellungen unter Permalinks auf Beitragsname ändern und speichern. Unter Lesen stelle ich jetzt übrigens die Homepage auf Startseite zurück, speichern. Und im Editor habe ich hier im Moment noch nichts drin. Das ist auch gut. Jetzt können wir nämlich erst mal mit dem Customizer anfangen, Header und Footer so zu bearbeiten, wie wir das brauchen. Hier auf dieser leeren Startseite, wenn ich mal markiere, sieht man, da oben ist das Menü. Müssen wir also noch die Farben umstellen und Kopfbereich und Fußbereich an unsere Bedürfnisse anpassen. Also ein Klick auf Customizer und schon können wir hier alles bearbeiten. Hier gehe ich zuerst mal in den Header, klicke auf das Logo. Hier sind jetzt verschiedene Logos definiert, je nachdem, ob ich einen transparenten Header haben möchte, so wie das in diesem Basis-Layout ist. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf und lade unser Skate-Docs-Logo hoch. Select. Und der Einfachheit halber mache ich das jetzt auch mal für alle anderen Punkte hier, diese drei. Hier oben sieht man noch das Logo, das ist winzig klein. Ich glaube so rund um 100 bis 150. Ja genau, 100 passt gut. Und den Seitentitel brauchen wir auch. Den kann ich hier auch gleich anpassen. Der nennt sich Skate-Docs mit Z. Und veröffentlichen. Unter Design kann ich dann die Farbe unter Transparent State auch auf ein Schwarz ändern. Das gleiche wie hier. Okay, veröffentlichen. Jetzt ist das schon mal richtig. Und natürlich stört uns hier dieser Titel der Seite noch. Das werden wir gleich noch entfernen. Zurück, beziehungsweise hier einmal auf die Hauptseile draufklicken, auf die Einstellung. Und dann sehen wir unter Design, dass hier als Farben weiß vorgegeben ist. Hier möchte ich in allen drei Fällen weiß haben. Das ist aber die Hintergrundfarbe. Den Rest der Einstellungen brauchen wir nicht. Veröffentlichen. Ich sehe gerade, die Titelbox von der Seite ist jetzt tatsächlich überdeckt. Die ist aber immer noch da. Werden wir gleich noch entfernen. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Platz. Das regeln wir hier am besten über die Row Min Height. Da unser Logo ja 100 Pixel hoch ist, können wir es mal mit 150 versuchen. Das sieht gut aus. Veröffentlichen. Und jetzt laden wir hier mal neu. Ja, wunderbar. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Jetzt können wir uns auf das versteckte Menü hier konzentrieren. Und den Take Action Button, den brauchen wir ja nicht mehr. Also habe ich hier einfach mal entfernt. Das Menü soll nach ganz rechts. Und wenn ich jetzt auf das Menü klicke, dann habe ich hier die Einstellungsmöglichkeiten für das Menü. Und unter Design ist hier die Standard Schriftfarbe. Und die möchte ich ganz gerne in diesem dunklen Ton haben. Dazu müssen wir auch nochmal veröffentlichen. Und dann unter den Top Level Options Design kann ich den Transparent State auf diese dunkle Farbe setzen. Und schon erscheint unser Menü. Jetzt haben wir ja diese ganzen Links aus dem Starter Pack, Homeabout und so weiter. Die brauchen wir jetzt ja gar nicht mehr. Also bin ich einfach hingegangen und habe schon mal die Seiten, die wir nachher brauchen, angelegt. Das sind die Seiten. Und hier ist hauptsächlich Lorem Ipsum hinterlegt. Also nur Füller Text. Und die Beiträge auch. Wir nutzen auf dieser Website den Blog nicht unbedingt als News Blog, sondern im Prinzip nur als Speicherort für unsere Trickübersicht. Und da haben wir ja nur den Titel und den Beitrag selbst, ein bisschen Lückentext und ein Beitragsbild. Und das war es auch schon. Ah ja, vielleicht sage ich noch, wir haben zwei Typen von Seiten. Einmal die normalen Seiten wie Kurse über uns Team, FAQs, Kontakt. Und dann aber die rechtlichen Seiten, Datenschutz, Impressum und AGB. Die normalen Seiten werden wir oben im Menü anzeigen und die rechtlichen Seiten dann unten im Futter. Damit das optimal funktioniert, packen wir jetzt die normalen Seiten mal in ein Menü. Das geht einfach über Design und Menüs. Hier haben wir auch das Main Menu. Wir sehen noch die alten Einträge, die direkt mal löschen. Entfernen. Ich habe sie alle entfernt. Und jetzt die neuen Menüeinträge hinzufügen. Kontaktteam über uns Kurse und das Blog hinzufügen. Wunderbar, die Kurse wollen wir nach oben haben. Darunter über uns. Team auf dem gleichen Level. FAQ und das Blog hier. Und dann die Kontaktseite. Das Menü können wir dann speichern. Das war das erste Menü und jetzt erstellen wir ein weiteres Menü. Hier unten haben wir ja schon die Vorgabenposition im Theme. Ich würde es jetzt rechtliches nennen. Also zum Beispiel so. Und ich kann es ja auch mal hier anklicken. Menü erstellen. AGB, Impressum, Datenschutz hinzufügen. Gleich noch AGB hier unten hin und speichern. So, jetzt habe ich beide Menüs. Zurück im Customizer können wir das Menü schon direkt oben sehen. Ich hatte das hier vorher aktualisiert. Und mal die Farben umgestellt. Jetzt haben wir so einen dezenten Effekt. Die Farben werden wir gleich auch noch anpassen. Aber für das erste funktioniert das ja schon mal. Also veröffentlichen. Und jetzt müssen wir hier unten die Informationen rausschmeißen. So wie wir das brauchen. Also im Futter. Jetzt haben wir hier jede Menge Widgets drin. Die brauchen wir alle nicht mehr. Also kann ich die alle nacheinander mal löschen. Weg. Im Original-Layout haben wir eine untere Zeile und dort den Copyright-Hinweis in der Mitte. Und dafür in der mittleren Zeile oder Reihe. Da haben wir zwei Spalten. Links die sozialen Medien. Und rechts können wir das Menü einfügen. Und zwar das Futter-Menü 1. Ziehen wir das einfach mal rüber. Dann noch das Copyright in die Mitte. Nur eine Spalte. Und die vertikale Ausrichtung. Nein. Die Ausrichtung des Fonts. Also klick hier drauf. Und dann horizontale Ausrichtung mittig. Jetzt passt es. Die Ausrichtung der sozialen Medien. Da haben wir Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Also entfernen wir die beiden. Und hier oben können wir entweder was rein tippen. Machen wir mal ein Y. YouTube. Da ist es hinzufügen. Ganz genau. Und dann noch die Ausrichtung der Icons nach links. Und damit haben wir den Futter auch fertig definiert. Und vielleicht jetzt noch den Font ein bisschen heller machen. Der ist ein bisschen dunkel. Also mal zurückgehen bis in den Futter. Nein, wir müssen tatsächlich nochmal zurück und in die Farben. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, dann die globale Farbpalette einzustellen. Und ich habe hier schon mal das ausgewählt, weil das entspricht am meisten den Farbeinstellungen, die wir auch bei der Cadence-Website verwendet haben. Man sieht das hier, wenn ich jetzt mal auf Rot umstelle, dann wenn ich mit der Maus wieder rüberfahre, dann werden die links rot, die sind anders eingestellt. Dann kann ich hier schon mal die Palette 1 auswählen, veröffentlichen. Und dann müssen wir wohl oder übel hier direkt im Element die Farbe umstellen. Sogar hier bei den Buttons, da kann ich dann auf Design gehen und die Grundfarbe einstellen. Wenn wir mir hier ein helleres Grau weiß. Ja, so sieht es doch dezent aus. Wenn ich jetzt mit der Maus drüber fahre, dann wird das so blau. Ja, ist gut. Und das Gleiche dann nochmal für die rechtlichen Links. Der Design, Schriftfarbe, alles Grau, dieses hier. Und dann noch einmal für die Copyright-Zeile. Design und die Initialfarbe auf diese Farbe stellen. Wunderbar. Ich würde jetzt ganz gerne noch am Schriftbild ein bisschen arbeiten. Und zwar hier. Das sind ja alles Kapitelchen. Vielleicht können wir das mal anpassen. Wir haben hier einen normalen Hover-Effekt. Und wenn ich mal hier auf den Typ 2 umstelle, dann haben wir diese Linie darunter. Das entspricht genau dem, was wir auch auf der Original-Website haben. Also können wir das einfach mal beibehalten. Nur mal zu demonstrieren, wie das aussieht, wenn wir die anderen Typen hier auswählen. Und den Typ 4. Ja, Typ 2 ist auf jeden Fall am besten. Und hier unter Design können wir dann auch noch den Font anpassen. Ich resette jetzt nochmal die Schriftfarbe. Und jetzt haben wir hier die Farben drin, die wir auch in unserer globalen Palette vorgegeben haben. Mit anderen Worten, wenn ich die globale Palette jetzt ändere, dann ändern sich auch diese Hover-Effekte, die Farben. Und jetzt können wir noch den Font anpassen. Das machen wir hier unter Design. Einfach den Font öffnen. Und ich möchte einfach normale Buchstaben, also weder Capitalize noch Uppercase, also das einfach deaktivieren. Dann kann die Schriftgröße ruhig ein bisschen größer sein. 12 ist schon ganz okay. Es muss auch nicht fett sein. Das heißt, die Stärke machen wir einfach mal auf Regular oder Default. Ja, 14 passt recht gut. Gut, jetzt noch ein bisschen den Abstand reduzieren. Die sind ja noch ein bisschen weit auseinander. 55, in der Tat. 18 passt ganz gut. Der Menü-Eintrag von FAQ ist jetzt noch so lange ausgeschrieben. Das könnten wir auch eigentlich mal schnell abändern. Also, um uns das zu merken, hier veröffentlichen. Und dann unter Menüs im Mainmenu auswählen. FAQ-Fragen und Antworten. Angezeigter Name. Nur FAQ. Und speichern. Wunderbar. Und dann hier im Customizer einfach einmal aktualisieren. Und schon sieht es korrekt aus. Im Original-Layout haben wir dann noch eine Suchbox rechts daneben. Die können wir auch direkt mal einfügen. Also im Header. Die Searchbox hier. Einfach mal hier rüberziehen. Ah, jetzt hat er tatsächlich eine Searchbox eingefügt. Ich möchte allerdings nur die Suche haben. Den Suchbutton. Ah, hier ist er. Wunderbar. Dann kann ich die Searchbox wieder entfernen. Und das Menü rüberziehen. Ah, das sieht auch sehr dezent aus hier. Vielleicht könnte es ein bisschen dunkler sein. Also ein Klick darauf. Und dann unter hier mir die Icon Größe und das Design. Jetzt ist hier für Transparent State diese Farbe mit diesem hellen Grau hinterlegt. Das einfach mal resetten, wenn es hier drüber geht. Und jetzt sieht man auch schon, dass die Farbe grundsätzlich diesen dunkleren Blauton annimmt. Und bei Hover, die sind doch recht grellen Blauton. Den werden wir auch gleich nochmal ein bisschen abändern. Aber das sieht jetzt schon fast fertig aus. Also hier oben auf jeden Fall. Jetzt müssen wir das Gleiche mit dem Font hier auch nochmal unten machen. Besser zwischendurch mal veröffentlichen. Einfach mal hier draufklicken. Und unter Design haben wir auch wieder den Font. Den machen wir auf Default. Dann zurück. Das aus. Ich meine, wir hatten 14. Ja, das sieht gut aus. Der Abstand ist jetzt auch okay. Gucken wir mal. Hier sind 25 definiert. Vielleicht können wir einfach mal 18 daraus machen. Ja, ich denke, das reicht auch. Dann sehe ich noch, das hier unten sollte eine Farbe haben. Geht mal hier auf Bearbeiten und dann Design. Der Zeilenhintergrund ist vom Theme Inherited. Ich kann den jetzt auch individuell ändern, wenn ich möchte. Ich würde diese dunkle Farbe hier dafür auswählen. Und das Gleiche auch für diese Zeile hier unter Design. Diese dunkle Farbe. Jetzt ist alles einfarbig. Wunderbar. Veröffentlichen. Wunderbar. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was an der Farbpalette ändern. Denn im Original ist die Kopfzeile hellblau. Und die Hoverfarbe ist auch nicht ganz richtig. Also nochmal zurück zu den Farben. Hier sind die Farben. Und diese Blaufarbe, die ist so ein bisschen grell. Die würde ich ganz gerne mal abändern. Und die richtige ist in diese hier. Okay. Und jetzt müsste ja, die ist auch schon abgepasst. Genau. Und jetzt brauchen wir noch einen hellen Blauton. Und den machen wir mal bei Color 6. Das wäre dann diese Farbe hier. Okay. So, den Rest der Farbe habe ich auch mal angepasst. Veröffentlichen und jetzt kurz korrigieren. Zuerst hier unten die Icons und Fonds. So, hier unten habe ich jetzt schon überall die richtige Farbe. Wo wir gerade hier unten sind, wir können auch direkt mal den Copyright-Hinweis anpassen. Unter Allgemein. Und da brauchen wir eigentlich nur bis zum Side-Title wunderbar veröffentlichen. Und jetzt noch die Hintergrundfarbe der Kopfzeile. Unter Design nehmen wir unser hellblau. Sicherheitshalber stellen wir alle drei Farben um. So wird das Menü auf jeden Fall richtig angezeigt. Das Ganze ist jetzt noch ein bisschen breit. Im Original waren wir ein bisschen schmaler, was die Abgrenzungen nach links und rechts betrifft. Aber jetzt brauchen wir erstmal den Content in der Mitte. Denn das Layout oben und unten auf der Seite oder auf allen Seiten haben wir jetzt ja dadurch festgelegt. Dann mal veröffentlichen. Noch ein Hinweis darauf. Es ist tatsächlich möglich, basierend auf Filterkriterien verschiedene Header und Futter zu erstellen. Also beispielsweise könnten verschiedene Blog-Kategorien verschiedene Header haben. Oder in einem Online-Shop könnte die Checkout-Seite keinen Header haben und der Futter ist vielleicht ein bisschen anders aufgebaut. Dazu muss ich hier auf Header gehen. Und wir sehen hier, wir haben hier den Global Header. Und ich kann mit einem Klick auf Create New Header einen ganz neuen Header erstellen und die Elemente kopieren und dann entsprechend anpassen. Ach, wir können das gerne mal machen. Wir nennen den einfach mal Test. Wir können alles kopieren. Create New Header. Und jetzt sehen wir, wenn wir auf Test gehen, dann habe ich genau den gleichen Header und kann den auch beliebig anpassen. Beispielsweise hier einfach mal das Menü rausnehmen und hier unten einfach mal zum Beispiel das Menü löschen. Jetzt habe ich nur noch Logo und Suchbox. Und so habe ich zwei verschiedene Header. Jetzt kann ich das einfach mal veröffentlichen. Ich muss diesen Header ja nicht benutzen. Gehe nochmal zurück. Wir verfeinern noch etwas weiter unter Typografie. Der Basisfont, den wir benutzt hatten, war WorkSong. Und den haben wir hier auch. Das betrifft zum Beispiel die Fonts hier und unten. Der ist ein bisschen klarer, finde ich. Bei den Überschriften hätte ich ganz gerne die Schriftart Poppins. Hier. Und die ist gleich für alle Schriftarten. Jetzt haben die Überschriften alle Poppins und die Schaltfläche WorkSong fett. Und Zitate WorkSong und schräg gestellt. Damit sind auch die Fonts angepasst. Seitenleisten benutzen wir in unserem Projekt nicht. Hier gibt es natürlich auch eine Menge Anpassungsmöglichkeiten. Unter Performance können wir Lazy Loading und so weiter ein- und ausschalten. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Standardeinstellung stehen. Lazy Loading ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Aber da wir uns hier nicht auf die Performance fokussieren, können wir den Punkt mal außen vor lassen. So, dann können wir jetzt mal die allgemeinen Einstellungen vornehmen. Da gibt es für mich auch noch einiges zu entdecken. Erstmal zum Layout. Die Gesamtbreite können wir ruhig mal auf 1000 stellen. Jetzt sehen wir schon, ist nicht mehr ganz so breit. Der Containerabstand, das ist hier der Mittelbereich. Da sehen wir auch, dass dann die Überschrift in den Fokus rückt. Und ich würde sagen, 200 scheint hier genau richtig zu sein, sodass wir ein bisschen Abstand zu der Kopfzeile haben. Das können wir erstmal so beibehalten. Schaltflächen brauchen wir später. Und die Brotkrümmel-Navigation haben wir im Prinzip auch nicht, weil wir keine verschachtelten Inhalte haben. Formularelemente. Da können wir gerne mal den modernen Stil ausprobieren. Lassen wir uns überraschen, wie das aussieht. Und dieser Bereich ist hier für den Entry-Content, also da, wo der Content drin ist. Und hier ist es möglich, Elemente, die nach links und nach rechts ausgerichtet sind, mit einem Offset zu versehen. Das heißt, die ragen dann aus der Hauptspalte heraus. Vielleicht probieren wir das später nochmal aus, aber für unser Basis-Layout brauchen wir das auf jeden Fall nicht. Ja, hier hätten wir dann noch die ganzen Links für die sozialen Netzwerke, die man hier eintragen kann. Google Analytics Code kann man hier eintragen. Nicht vergessen, die Anonymisierung einzuschalten für die Datenschutzrichtlinie. Ja, Scrollen nach oben brauchen wir nicht, den Website-Rahmen auch nicht, aber das sieht ganz cool aus. Manage Options. Hier habe ich noch die Export- und Importmöglichkeiten und kann wieder alles auf Basis zurück resetten, wenn ich das möchte. Ja, für das Erste dürfte das reichen, also veröffentlichen wir mal. Was besonders wichtig ist, im Prinzip für jede Website, ist die Struktur und das Layout, die Gestaltung der Inhaltstypen. Es gibt Blogs und Seiten. Und wer WooCommerce installiert hat, wird hier wahrscheinlich auch noch WooCommerce-Optionen haben. Und hier drunter können wir eben einstellen, wie die Blogbeiträge allgemein aussehen sollten. Also die Blogübersicht zum Beispiel übereinander oder als Grid, als Raster, mit oder ohne Seitenleiste, mit Effekte. Ich lasse es einfach mal hier voreingestellt. Und wir optimieren das gleich, wenn wir auf einem Blogbeitrag sind. Bei den Seiten dann das Gleiche. Das sind die globalen Einstellungsmöglichkeiten, die ich habe. Ich kann hier bei Seiten auch den Hintergrund einstellen. Kommentare sind aktiviert. Das ist unüblich. Ich würde sie mal deaktivieren. Also bei Seiten auf jeden Fall. Der Stil des Inhaltsbereichs ist weit, feste Breite. Dann haben wir eine Box hier mit einem Schatten versehen. Können wir auch machen. Aber ich lasse das jetzt in diesem Fall mal auf weit. Ich kann jetzt hier unten auch zum Beispiel einstellen, wenn mir nicht gefällt, dass hier unten der Abstand so groß ist. Kann ich nur oben den Abstand definieren. Oder nur unten und oben. Bzw. deaktiviert. Zusammen. Ich lasse das jetzt mal auf oben und unten eingestellt. So, bei den Seiten brauchen wir natürlich keine Beitragsbilder. Können wir also veröffentlichen. Und dann nochmal bei den Blogbeiträgen auch unten gucken. Ja, wir schauen gleich mal, was wir davon wirklich haben wollen. Das Aussehen der Suchergebnisseite. Sieht in diesem Fall jetzt aus wie die Blogbeiträge. Ich würde das mal auf Raster umstellen. Und dazu müssten wir einfach mal einen Test fahren. Ich klicke mal auf die Suche und suche nach Olli. Ja, und hier sehen wir auch schon die Suchergebnisse. Und das sieht jetzt aus wie das hier. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das gefällt mir jetzt schon so gut. Da muss ich mir die andere gar nicht angucken. Wie viel sollen angezeigt werden? 10. Das ist okay. Okay, Seitenleiste brauchen wir nicht. Und veröffentlichen. Autorenseiten nutzen wir jetzt auf unserer Website nicht. Aber wenn wir zum Beispiel viele Autoren haben, dann können die sich natürlich auch präsentieren. So ähnlich wie alle Inhaltskategorien, also zum Beispiel auch die Suchergebnisse. Und dann haben wir die Basiseinstellungen für diese beiden Bereiche auch vorgenommen. Und können jetzt nochmal auf die Website-Informationen schauen. Einen Untertitel brauchen wir nicht. Dann Website-Icon werden wir auswählen, wenn wir eins haben. Sollten wir auf jeden Fall. Die Menüs lassen sich auch von hier einstellen. Und verwalten. Widgets braucht die Seite nicht. Aber wir haben ja gesehen, wo diese Widgets liegen. Oder liegen können. Zum Beispiel im Futter-Bereich. Meistens auch in den Seitenleisten zum Beispiel. Hier noch die Homepage-Einstellungen. Und dann haben wir wirklich alles durch. Das gibt es auch in der normalen WordPress-Einstellung. Die Beitragsseite können wir jetzt auch schon mal auf Blog einstellen, veröffentlichen. Und dann sind wir wirklich durch. Ja, die Beitragsseite, das sehen wir jetzt hier. Im Original haben wir ein Dreier-Grid, ganz ohne Text und so weiter. Wo wir nur im Bild die Überschrift und dann einen Begriff für den Link haben. Schauen wir mal, ob wir das hier auch so hinkriegen. Hier sind die Kategorien. Wir wollen auf jeden Fall ein Raster haben. Mal schauen, was wir bei Kartenoptionen alles einstellen können. Das ist ja, das ist hier die Karte. Beitragsmeter. Wir können jetzt hier alles mal abschalten, was wir nicht brauchen. Also hier auf das Auge draufklicken. Den Titel brauchen wir auf jeden Fall. Das Bild auch. Den Textauszug nicht. Hier ist das Beitragsmeter. Na, den Weiterlesen-Button natürlich schon. Und hier haben wir im Original Tutorial stehen. Das Ganze mal veröffentlichen. Ich glaube, wir müssen aktualisieren. Auf das Blog. Ja, so habe ich also die Kategorien konfiguriert. Ich muss natürlich die Blog-Beiträge konfigurieren. Nicht die Kategorie-Seiten. Also hier kann ich direkt mal die Seitenleiste ausmachen. Dann verschwindet die. Und dann auf drei Stellen ganz genau. Und jetzt die Kartenoptionen nochmal konfigurieren. Das Meter brauchen wir nicht. Und den Textauszug auch nicht. Oben auch kein Meter. Das ist das Allgemein. Und dann haben wir eigentlich nur ein Weiterlesen-Button. Und der ist nicht Read More, sondern Tutorial. Jetzt passt es. Wir haben ja noch den Mehrladen-Button. Da können wir dann auch nochmal schauen. Ja, bei Number of Post möchte ich ganz gerne zehn Stück haben. In drei Spalten. Paginierung ist okay. Veröffentlichen. Und jetzt nochmal neu laden. Und siehe da. Jetzt werden auch die anderen Beiträge geladen mit so einem schönen Effekt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, dann noch gleich die einzelnen Blog-Beiträge konfigurieren. Das sieht jetzt in der Standard-Einstellung ungefähr so aus. Mit einer Seitenspalte, die wir ja nicht haben wollen. Also einzelne Beiträge. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Einmal die schmale Breite. Ja, das ist schon recht schmal. Und dann etwas breiter. Also zum Lesen ist immer am besten geeignet eine schmalere Breite. Das ist also genau richtig hier. Und wir brauchen, glaube ich, auch nicht so viel Platz nach oben. Deswegen können wir den mal ausschalten. Nein, so mit vertikalen Abstand ist es, glaube ich, am besten. Dann haben wir hier am meisten Platz. Also auch für das Bild. Und das Bild selbst. Also das Design dafür ist ein bisschen dunkel. Und es gibt auch nicht die Möglichkeit, das hier im Interface zu ändern. Das ist so die erste, ja, etwas größere Schwachstelle, die ich hier in dem Team gefunden habe. Auch passt sich unten das Layout nicht immer an, wenn ich zum Beispiel hier auf deaktiviert gehe und zurück. Dann, ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Jetzt ist das Bild größer. Eigentlich sollte sich nicht verändert haben, weil ich ja nur von da nach da gegangen bin. So ist es auf jeden Fall richtig. Und dann hoffen wir, dass ich noch eine weitere Option finden kann, das Layout hier anzupassen. Es geht natürlich immer mit ein bisschen CSS, was man einfügt. Aber da hätten wir dann schon einen Nachteil gegenüber Cadence, wo das gar kein Problem ist. Vielleicht kann ich noch zeigen, welche Optionen man hier unten dazu nehmen kann. Hier ist ja nur die Archivnavigation, nächster Beitrag und so weiter. Wir können hier zum Beispiel noch eine Teilenbox einschalten. Das ist die Teilenbox. Und noch eine Autorenbox. Nun, die ist jetzt nicht ausgefüllt, weil wir auch noch keinen Autorentext haben. Ansonsten stünde hier auch der Autorentext. In unserem Fall brauchen wir die nicht. Die Teilenbox können wir behalten, aber die Autorenbox, die brauchen wir nicht unbedingt. Also wieder ausschalten. Also zähneknirschend nehme ich jetzt mal hin, dass ich das hier oben nicht einfach so ändern kann. Manchmal, wenn ich mit der Maus drüber fahre, steht hier Shift-Click to edit. Aber ich habe schon oft mit Shift und Klick es versucht, aber es funktioniert nicht. Lassen wir es erstmal so. Und zum Schluss zeige ich dann auch nochmal, wie man das mit CSS abändert. Wir eröffentlichen und weiter. Was den Abstand zwischen der Überschrift und der Bildbox hier oben betrifft, so konnte ich den anpassen. Allerdings nur gemeinsam. Das bedeutet, erstens, wenn ich hier draufklicke und danach hier drauf, dann geht das hier oben etwas weiter auseinander. Und hier unten steht ja, der Wert kann über General Layout Content Area Spacing eingestellt werden. Und das stimmt auch. Erstens habe ich hier die Breite für die gesamte Spalte. Und die kann ich auch ein bisschen schmaler machen oder nicht. Das nennt sich dann hier Narrow Container Max Width. 750 ist ganz okay. Und hier ist der Containerabstand. Der ist jetzt auf 60. Und wenn ich den Containerabstand nach oben schiebe, dann haben wir hier einen größeren Container, aber auch mehr Abstand bei der Überschrift. Was natürlich auch nicht optimal ist. Ich würde ganz gerne einen größeren Container haben und den Abstand vom Container zur Überschrift immer gleich. So, 60 scheint mir aber ein ganz okay Kompromiss zu sein. Aber auch das ist eine Sache, die ist in Cadence deutlich einfacher gelöst. Als nächstes widmen wir uns der Startseite. Und hier ist sie, wie sie vorher ausgesehen hat, hier mal in einem anderen Browser gezeigt. Wir haben hier eine lokale Kopie. Oben das Hero Element und dann die drei Tricks hier auch mit den Animationen. Die habe ich in einem anderen Browser abgeschaltet. Eine Was-wir-Machen-Übersicht in zwei Spalten. Kurse. Hier fehlen zwei Bilder, aber es ist eine Galerie. Die, den Newsletter, das Anmeldeformular und dann die drei Trainer, Kontaktbuchenformular und dann Testimonials. Und das wollen wir jetzt mit Bloxy und Cubely auf dieser Seite hier, auf dieser Installation nachbauen. Dazu gehen wir dann erstmal auf Seite bearbeiten. Setzen den Cursor hier in den leeren Bereich. Klicken auf Plus und bekommen dann direkt all die Module angezeigt, die uns Cubely anbietet. All die Blöcke. Das ist wirklich eine Menge Holz, was wir hier machen können. Das ist auch, würde ich sagen, insgesamt deutlich mehr, als uns Cadence bietet. Und wir haben sogar ein Preview hier oben, wenn wir mit der Maus drüber fahren. Dann sehen wir direkt ungefähr, wie das aussehen soll. Die Google Map habe ich beispielsweise bei Cadence Blocks vermisst. Übrigens hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ich einmal weiß, wie das Element heißt, Row in dem Fall, muss ich gar nicht mehr diese Box aufmachen. Ich kann dann einfach hier in den Bereich klicken und einen Schrägstrich tippen. Und hier habe ich ihn jetzt schon in der Liste. Ich kann auch ROW schreiben. Mit den Cursor-Tasten einfach navigieren und auf Return drücken. Und schon wird mein Block eingefügt. Unser Hero-Element hat eine Spalte. Und dann selektieren wir die Zeile, die ist schon selektiert. Und wählen Background aus. Als Background-Typ Bild. Und dann wählen wir einfach mal eins aus der Mediathek. Da haben wir unsere Skater, die auf der Anlage sitzen, auswählen. Und schon haben wir das Bild als Hintergrund definiert. Wenn ich hier den Abstand in der Zeile oben und unten verändern möchte, und der ist jetzt gerade auf 70px, dann kann ich nicht wie bei Cadence Blocks einfach klicken und ziehen, sondern muss hier die Zeile selektieren auf Erweitert. Und hier kann ich dann beispielsweise, testen wir mal 200, das können wir nachher noch optimieren. Und jetzt haben wir das Ganze ein bisschen auseinandergezogen. Unter Style kann ich Background öffnen. Und hier ist beispielsweise ein Box-Shadow definiert. Den möchte ich aber nicht haben, deswegen mache ich den mal aus. Jetzt ist der Schatten hier an der Seite weg. Und hier weiter unten kann ich Overlay aktivieren. Und das möchte ich mal auf mindestens 30% stellen. Vielleicht 0,3. Hier kann ich beispielsweise auch Gradienten oder Bilder einfügen. Das ist auch soweit richtig. Hier ein Klick auf Farbe zeigt uns noch einen wichtigen Aspekt. Und zwar haben wir ja die globale Palette im Theme bereits definiert. Das sind aber nicht die gleichen Farben hier. Das bedeutet, wir müssen die Palette auch nochmal für Cubely neu konfigurieren. Machen wir das gleich mal direkt nach dem Aktualisieren. Mit einem Klick auf die Cubely Global Settings kann ich hier zum Beispiel die aktuellen Theme Colors einsehen. Die kann ich hier auch nicht verändern, weil die sind ja von Bloxy definiert. Ein Klick hier auf Preset 1 zeigt die aktuellen Global Colors von Cubely und die Schrifteinstellung. Und weiter unten ist das Preset 2. Und das kommt dem vordefinierten Farben doch schon deutlich näher. Sind aber nicht genau die gleichen. Wenn ich also jetzt die gleichen Farben und die gleichen Fonts haben will, ist es empfehlenswert, die hier auch nochmal zu reproduzieren. Und der einfachste Weg, das zu machen, ist hier auf die drei Punkte zu gehen und Save as New zu klicken. Jetzt habe ich hier das Preset 4. Wenn ich darauf klicke, dann sehe ich die verschiedenen Farben. Es sind keine weiteren Typografie-Einstellungen oder so gespeichert. Aber wir wollen mal schauen, ob wir auch ohne auskommen. Also klicke ich hier auf die drei Punkte und sage Activate. Und jetzt ist dieses Preset hier aktiv. Und jetzt müssen wir mal sehen, ob das Theme oder die Theme-Einstellungen von Bloxy Cubely vorgeben, mit welchen Fonts und welchen Farben hier im Content-Bereich gearbeitet wird. Darüber hinaus kann ich hier unten die globale Container-Breite einstellen. Und da müssen wir mal schauen, ob wir gleich das hier auch noch überschreiben wollen. Und das ist halt nicht zu verwechseln mit dem, was ich hier in den Bloxy-Einstellungen machen kann. Denn da gibt es auch nochmal Einstellungen wie die Content-Area-Style-Source. Hier kann ich unter Benutzer definiert auch noch einstellen, wie breit die Inhaltsbereiche sein sollen. Da müssen wir also gleich einfach mal rumspielen und gucken, was die bestmöglichen Einstellungen sind. Aber jetzt machen wir erstmal weiter und fügen mal ein bisschen die Inhalte ein hier in die Content-Box. Dazu fügen wir erstmal eine Überschrift ein, einen Klick hier drauf. Und dann nehmen wir natürlich die Cubely-Überschrift und nicht die normale von Gutenberg. Hier kann ich vorab auch mal die Farbe der Überschrift auf Weiß setzen. Und Advanced Topography, falls ich diese drei Optionen ändern möchte. Ich möchte hauptsächlich das Alignment erstmal in die Mitte setzen und wahrscheinlich auch ein bisschen größer machen. Vielleicht nicht ganz so groß. 32. Danach dann einen Klick auf das Plus-Symbol und einen Absatz einfügen. Füge ich den Text mal hier ein. Alle drei Zeilen markieren und die Farbe auf Weiß. Und ausrichten zentriert. Jetzt möchte ich mal Zwischenstand nehmen und auf Aktualisieren klicken. Einfach mal anschauen, wie das jetzt aussieht. So sieht das jetzt aus. Anscheinend hat er im Live-Layout noch nicht die Farbe übernommen. Und wir sind auch begrenzt auf eine enge Spalte. Das müssen wir also noch ändern. So, also hier nochmal in den Einstellungen Weiß ausgewählt und aktualisiert. Und nach dem Reload ist dann tatsächlich auch die Farbe hier weiß gewesen. Um diesem Block hier die gesamte Breite zuzuweisen, kann ich hier in den Gutenberg-Optionen, ja zum Beispiel auf Weite Breite gehen. Dann ist es aber noch nicht ganz breit. Ich habe hier mal aktualisiert, das ist auch schon ein bisschen breiter als vorher. Aber wenn ich das jetzt wirklich bis an den Rand stretchen möchte, dann muss ich hier gesamte Breite auswählen, aktualisieren, neu laden und siehe da, wir kommen der Sache schon immer näher. So, jetzt brauchen wir noch die, erstmal die Hintergrundfarbe für die Spalte hier. Gehen wir einfach mal hier raus. Jetzt ist die Spalte selektiert. Da können wir uns mal die Hintergrundfarbe auswählen. Nehmen wir das Schwarz und dann 03. So, Radius, das sind dann die Ecken. Ich meine 25 hatten wir da verwendet. Unter Erweitert können wir auch ein bisschen was Innenabstand definieren. Versuchen wir es auch mal hier mit 25. Vor allem oben und unten. Das sieht schon mal ganz gut aus. Die Spalte ist jetzt noch ein bisschen breit und zurück im Bereich Style kann ich die Breite der Spalte tatsächlich gar nicht anpassen. Es scheint, als würde die Spalte so weit wie möglich nach rechts gehen und dann vom inneren Abstand der Zeile jeweils reingedrückt werden. Also mal ein Klick auf die Zeile und siehe da, hier können wir ja die Container Breite einstellen, indem wir hier das Ganze rauf und runter ziehen. Full Width ist eben das, was wir nicht wollen. Also boxt und dann wahrscheinlich 750 und das kommt dem Original wirklich schon sehr nah. Aktualisieren und neu laden. Hier ist das Original und ich wechsle rüber. Hier ist die Kopie. Also da wir ja nicht pixelgenau sein wollen, reicht es eigentlich hier die abgeschnittenen Köpfe noch ein bisschen rauszuholen. Das heißt hier bei der Zeile den Innenabstand auf 250, 200 ist ganz gut. Ich meine die Füße oder mehr von dem Beton müssen wir ja nicht unbedingt sehen. Aktualisieren. Ja, scheint das bräuchten wir dann doch noch ein bisschen mehr. 300, sogar 400. Ja, jetzt haben wir die Köpfe alle drauf. Die Box ist schön über die gesamte Breite und die Höhe stimmt so weit auch. Gut genug für unseren Test und jetzt können wir einfach mal die nächste Box anlegen. Also runter hier reinklicken und einen neuen Block, eine Zeile. Diesmal haben wir auch wieder eine. Hier haben wir ja die Skateboard Tricks, die in diesem Browser übrigens animiert angezeigt werden. Die Animation habe ich in diesem Browser mal deaktiviert, damit wir nicht abgelenkt werden. Also hier dann wieder die, ja ich würde sagen, hier brauchen wir eigentlich gar nicht die gesamte Breite, sondern hier werden ja die Post Matrix, sollen ein bisschen enger gefasst werden. Das heißt hier können wir einfach mal einen Block hinzufügen. Hier wird das Plus oder hier nochmal alle durchsuchen. Und da brauchen wir wahrscheinlich etwas, was mit Post anfängt. Ja hier Post Grid. Hier wird auch schon angezeigt, wie es aussieht. Oder das Post Karussell. Theoretisch ginge beides, aber im Original haben wir auch ein Post Grid verwendet. Und jetzt sehen wir ja direkt, dass hier alle Posts direkt so eingefügt wurden. Und jetzt muss ich das Ganze nur noch konfigurieren. Wunderbar. Wir wollen ein einfaches Grid. Jetzt müssen wir nur noch durch die Optionen hier durchgehen. Wir wollen drei Spalten. Schauen wir uns gleich mal das Post Design an. Das ist eingekästelt. Das ist auch cool. Und hier muss man mit der Maus wahrscheinlich drüber fahren, aber da wird das Bild nicht angezeigt. Ohne Bild. Komisch, dass das Icon hier mit Bild ist, aber das Ergebnis dann ohne. Okay. Mir gefällt das eigentlich sehr gut. Hier weiter unten bei Query können wir dann auch sagen, wie viele Items wir haben wollen. Wir wollen ja nur drei Stück haben. Und wir brauchen noch keine Pagination, die mal deaktivieren, dann verschwindet die hier. Wir wollen ja hier unten unseren eigenen Link reinsetzen. Wir wollen auch nicht so tun, als seien das hier Blogbeiträge, sondern wir nutzen diese Blogbeiträge einfach nur als Trickarchiv sozusagen. Was mir im Original-Layout wichtig war, dass wir nur eine Box haben und die Überschrift, die Generalüberschrift und dann hier alle Tricks anschauen. Und das bedeutet, wir müssen hier noch diese ganzen Elemente rausnehmen. Gehen wir mal eins nach dem anderen durch. Die Image-Settings. Show Feature natürlich, wie groß das Bild sein soll. Large müsste reichen. Wir haben jetzt hier runde Ecken. Im Original ist es nicht so, aber das ist nicht weiter schlimm. Wir versuchen es ja nicht, Pixel genauer hinzukriegen. Content. So, jetzt können wir hier konfigurieren. Title dürfte das sein, was wir behalten wollen. Genau. Also das Excerpt muss weg. Datum brauchen wir nicht. Comment und Author auch nicht. Und die Kategorie brauchen wir auch nicht. Ja, und das sieht meiner Meinung nach schon ganz gut aus. Ein bisschen anders wie das hier, aber mir gefällt es ganz gut. Das können wir ruhig so lassen. Und jetzt brauchen wir nur noch die Überschrift darüber und den Button da drunter. Also einfach mal hier reingeklickt. Plus. Und dann suchen wir mal, was uns Cubely so für Buttons zu bieten hat. Eine Button-Gruppe. Und hier ist der Cubely-Button. Das wäre der Gutenberg-Button. Alle Tricks anschauen. So. Und der ganze Button soll nach rechts, wobei das auch nicht zwingend notwendig ist. Dazu können wir dann einfach hier beim Alignment auf rechts gehen. Und dann brauchen wir noch die Überschrift hier drüber. Ich klicke einfach mal hier unten auf das Plus. Noch eine Überschrift. Zweimal nach oben klicken. Text eingefügt. Und dann unter Style mittig ausgerichtet. Der Stil sieht aber jetzt noch nicht ganz richtig aus. Und das liegt daran, dass für diese Elemente, die eingefügt werden, ganz oft bei Cubely, weil es ja nicht unbedingt direkt an das Theme angepasst ist, eigene Einstellungen für den Font und auch andere Sachen gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Einstellung für die Typografie deaktiviere, dann wird mir eigentlich erst die Überschrift oder der Stil der Überschrift angezeigt, die ich für das Theme erstellt habe. Das Gleiche gilt übrigens auch für diese Boxen hier. Ich da mal runterscrolle auf Typografie und das deaktiviere. Dann werden die Überschriften so angezeigt wie gedacht. Und bei Colors, da möchte ich vielleicht die Farben auch mit unserem dunklen Blau und das helle Blau, so dass das ein bisschen besser passt. Ich würde fast sagen, dass es zu hell. Jetzt nehmen wir einfach dieses Blau hier. Dann haben wir diesen dezenten, so rum vielleicht, dann haben wir einen dezenten Effekt. Das ist wunderbar. In Cadence Blocks hatte ich die Möglichkeit, auch den Typ der Überschrift auszusuchen. Die scheine ich hier bei Cubely nicht zu haben. Also das hier ist wahrscheinlich eine, schätze ich mal H2. Und wenn ich da jetzt eine H3 oder H4 draus machen würde, dann wäre das bei Cadence Blocks kein Problem. Aber hier müsste ich dann wirklich hingehen und die Schriftart selbst definieren, was ich nicht möchte. Das heißt, ich gebe mich jetzt einfach mal damit zufrieden und aktualisieren. Und damit haben wir diese Sektion dann auch erledigt und können übergehend zur nächsten Sektion. Also die nächste Row einfügen. Diesmal haben wir zwei Spalten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir die gesamte Breite nutzen werden. Direkt auch mal das Hintergrundbild einfügen. Bild, Insert, das ist dieses Bild hier. Auch diese zwei Spalten. Ich füge einfach mal an der Zeile unter Erweitert mal ordentlich Platz rein. Kann ich immer noch rausnehmen, wenn ich den nicht brauche. 300, 300. Dann sehen wir schon mal das Bild. Und ich weiß auch, dass wir das Bild etwas abschwächen werden. Wie immer mit dem Overlay. Overlay Farbe ist die dunkle. Und dann gehen wir auf ungefähr 30% drunter. 50%. Im Original sieht es auch ein bisschen heller aus. Würde ich sagen 30% passt. Auf der linken Seite brauchen wir zuerst mal eine Überschrift. Und zwar eine H2. Den Text, was wir machen. Und dann einen Absatz mit dem Text. Bei uns lernst du Skateboard fahren. Und auch hier müssen wir wieder einzeln einstellen, welche Farbe wir haben. Und das Style, Überschrift, Typografie erstmal wieder aus. Und dann bei Farbe weiß. Und das gleiche unten auch für diesen Satz hier. Das ist ein Gutenberg-Paragraf. Also einfach auf weiß. Wunderbar. Auf der rechten Seite habe ich den Text dann auf die gleiche Art und Weise eingefügt. Und jetzt haben wir hier wieder eine kleine Herausforderung. Wie auch im Original haben wir ja zwei Spalten mit gerundeten Ecken. Jeweils an den Außenkanten und nicht innen. Und die beiden sollen zusammen sein. Und sie sollen auch die gleiche Höhe haben. Und dann auch noch einen Hintergrund. Okay, wie machen wir das? Also erstmal bin ich mir sicher, dass wir auf jeden Fall Even Column Height aktivieren müssen. Aber ich würde sagen, wir machen erst die Hintergrundfarbe. So, dann sehen wir nämlich auch den Effekt. Okay, hier gehen wir in die erste Spalte, Column. Und dann die Hintergrundfarbe, dunkel und 0,3 ungefähr. Und auf der anderen Seite auch. Selektiere die Spalte, Hintergrundfarbe 0,3. Gehen wir an 0,3. Und jetzt sehen wir nämlich auch, was wir machen müssen. Denn die beiden Spalten sind jetzt erstens noch nicht gleich hoch. Also können wir nochmal die Zeile selektieren und dann die Spaltenhöhe anpassen. Noch wird das nicht angezeigt, aber die Gatter Size werde ich jetzt mal auf 0 reduzieren. Dann sind die beiden aneinander. Und die Breite des Containers könnten wir auch mal anpassen. 960 scheint zu passen bei zwei Spalten. Dann mal aktualisieren. Ich lade mal neu. Eventuell können wir die Änderung dann schon sehen. Vielleicht auch mal in der Vorschau. In der Vorschau klappt das schon genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber hier im Backend wird das noch nicht angezeigt, dass wir Even Column Hide aktiviert haben. Dann lade ich das auch nochmal neu. Scrollen wir runter. Wird hier immer noch nicht angezeigt, was natürlich nicht optimal ist. Würde das als einen kleinen Bug wahrscheinlich sogar bezeichnen. Denn es wird ja in der Vorschau hier, also in der finalen Version, wird es ja richtig angezeigt. Okay, mal gucken, ob sich das bestätigt, wenn wir auch nochmal die Ecken abrunden. Dann haben wir hier den Radius. Und den müssen wir individuell einstellen. Also machen wir mal oben links 25, unten links 25. Und das gleiche auch auf der Seite. Spalte selektieren, Einzeleinstellung und dann 25, 25. Aktualisieren. Das wird immer noch nicht aufgezogen, also aktualisieren. Hier sieht es tatsächlich schon richtig aus. Es fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Padding, sodass wir ein bisschen Platz rundherum haben. Und das ist dann hier bei den Spalten unter erweitert Innenabstand. Noch mal 20 rundherum und hier auch 20 rundherum. Hier wird es immer noch nicht richtig angezeigt, aber trotzdem mal aktualisieren. Und neu laden. Und in der Tat kommen wir dem Original schon sehr nah. So sieht das Original aus. Und so unsere aktuelle Arbeitsversion. Wir können das noch ein bisschen kleiner machen. Also jetzt tatsächlich den Innenabstand der Zeile nochmal ein bisschen was anpassen. Vielleicht oben 200, unten 100. Und dann ist es doch so wie im Original. Einziger Nachteil ist, dass es hier anscheinend einen kleinen Bug gibt und uns das im Backhand nicht richtig angezeigt wird. Damit müssen wir jetzt aktuell leben. Können wir ja nicht sofort was machen. Aber letztendlich müssen wir da auch ein Bug-Report einreichen und gucken, ob sich das Problem lösen lässt. Oder ob wir tatsächlich was falsch gemacht haben hier bei den Einschalten. Das kann natürlich auch sein. Womit wir dann schon zum nächsten Element kommen. Und zwar dieser kleinen Galerie hier. Und nochmal ein Zweispalten-Layout. Diesmal ohne Hintergrund-Grafik. Also die nächste Zeile wird eingefügt. Zwei Spalten. Die linke Spalte hat diesmal einen hellgrauen Hintergrund. Hintergrundfarbe. Hellgrau. Wir beginnen mit einer Überschrift hier. Überschrift. Die heißt einfach nur Kurse. In der nächsten Zeile kommt dann schon die Galerie. Mal schauen, was uns Cubly hier bietet. Da gibt es eine Galerie. In der Mediathek suchen wir jetzt einfach mal drei Bilder aus. Hier ist das erste. Hier ist das zweite. Das habe ich gerade frisch hochgeladen. Und nehmen wir das als drittes Bild. Neu-Galerie. Beschriftung brauchen wir nicht unbedingt. Galerie einfügen. Und schon haben wir hier drei Bilder. Mal sehen, wie die auf der Website selbst aussehen. Aktualisieren. Und ja, hier sehen sie so aus. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Wenn wir jetzt hier draufklicken, passiert noch nichts. Und wir haben hier einen Hover-Effekt, den wir vielleicht abschalten wollen. Also erstens wollen wir die größere Version anzeigen. Wenn wir auf Enable Popup gehen, dann müsste das auch kein Problem sein. Das mit dem Icon probieren wir ruhig mal aus. Die Bildhöhe soll gefixt sein. Ja, dann sieht das nämlich auch genauso aus wie hier. Das ist richtig. Und wir brauchen eigentlich keine Animation. Und bei Overlay ist ja ein Overlay aktiviert. Das wollen wir deaktivieren. Aktualisieren. Neuladen. Und mal gucken, wie es jetzt aussieht. Wunderbar. Hier ist ein Icon, was angezeigt wird. Ja, das ist recht nützlich. Also einfach mal hier draufklicken. Und dann können wir hier durchgehen. Das ist quasi genau wie auch im Original. Wir brauchen jetzt hier unten noch einen Absatz mit diesem Text. Und darunter wollen wir noch einen Button haben. Den haben wir auch noch nicht verwendet. Also plus. Nein, stimmt nicht. Oben hatten wir ja schon einen Button. Und dort steht einfach alle Kurse. Und den Button können wir unter Style rechts ausrichten. Und dann können wir uns schon der rechten Spalte widmen. Dort haben wir eine Überschrift für die Termine. Und die Termine sollen wir jetzt in einer Icon-Liste einbetten. Mal gucken, was uns Cubely hier so anbietet unter Liste. Anscheinend nichts. Also mal unter Icons gucken. Icon-List. Also mal eine Icon-List einfügen. Kannst du etwas hochziehen. Bei einer Icon-List ist natürlich wichtig, wie das Icon nachher eingebettet ist oder aussieht. Aha, das ist natürlich auch nicht schlecht hier mit dem Fill. Aber am wichtigsten ist das Icon selbst. Hier ist die Größe des Icons. Und auch was bei Hover passiert. Hier wird ein Kreuz draus. Ja, und ein Klick hier rein, das gibt mir die Möglichkeit, etwas anderes zu suchen. Zum Beispiel Circle müsste eigentlich ganz gut passen. Im Original hatten wir sowas, was ähnlich aussah wie eine Skate-Rolle. Ich würde sagen, das Ding hier. Das ist einfach der Circle. Alle vier Circles sind ausgetauscht. So, wir brauchen ja nur drei Zeilen. Die vierte können wir also löschen. Es gibt aber nicht die Möglichkeit, diese Zeilen zu verschieben, was uns zum Beispiel die Cadence-Blocks angeboten haben. Dass wir quasi mit einem Pfeil rauf-runter hier das nach oben und unten verschieben können. Okay, kein Beinbruch, aber gut zu wissen. Unten noch die Überschrift und den Text eingefügt, den wir noch brauchen. Aktualisieren und neu laden. Und in der Tat, man sieht hier auch sehr schön, dass das Layout im Backend nicht so schön abgebildet wird, wie es dann tatsächlich auf der Seite aussehen soll. Es ist also immer so ein bisschen Gedankenarbeit notwendig, beziehungsweise wir müssen aktualisieren und gucken, ob es wirklich richtig aussieht. Wir können uns da nicht einfach so darauf verlassen, wie es bei den Cadence-Blocks der Fall ist. Zum Schluss müssen wir jetzt noch in die Überschriften reingehen und tatsächlich die Typografie abschalten, damit es dann so aussieht, wie von uns gedacht. Und hier auch noch. Man sieht schon, dass das natürlich auch ein bisschen zusätzlichen Aufwand darstellt, der nicht nötig wäre. Könnte man dies an der an zentraler Stelle konfigurieren. So, jetzt nochmal aktualisieren. Und so sieht es dann richtig aus. Die H2-Elemente sind tatsächlich ein bisschen größer vom Text her, als wir das im anderen Layout haben. Das könnten wir einmal global ändern und dann ändert sich das überall, also kein Problem. Und wir brauchen jetzt hier auch nur noch ein bisschen Padding in dieser Spalte, Spalte selektiert und unter Erweitert den Innenabstand mal insgesamt jetzt 20 beziffert und dann hier auf der Seite ebenfalls auf 20 stellen. So, 2020 aktualisieren. Und damit müssten wir diese Teile auch fertig haben. Ja, wunderbar. Das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ausreichend. Und da können wir schon mit der nächsten Zeile beginnen. Und in dieser Zeile wollen wir vor allem das Formular hier ausprobieren und dieses Hintergrundbild einfügen. Also auch mal wieder eine neue Row, eine Spalte, Hintergrundbild auswählen, die Dschungelbriefkästen, okay. Wie immer auch direkt das Overlay aktivieren, die dunkle Farbe auswählen und dann auf 30% runtergehen und auch die Spalte selektieren und ebenfalls hier Farbe auswählen, dunkel, klick auf den Pfeil und dann 0,3. In diesem Fall wollen wir, dass die ganze Zeile so breit ist wie möglich, gesamte Breite. Ich habe den Text jetzt schon mal eingefügt, ausgerichtet und jetzt brauchen wir nur noch das Formular. Jetzt können wir natürlich das bereits vorbereitete WP-Forms nehmen, je nachdem. Aber ich würde vorschlagen, da wir ohnehin schon Qubli Pro lizenziert haben, können wir das auch einfach mal nutzen. Und dann hier auf Plus und unter Form haben wir einen eigenen Form-Bilder. Und ein Klick darauf liefert uns schon direkt im Prinzip das Formular, was wir brauchen, mit allen Einstellungsmöglichkeiten, die so gängig sind. Wir können auch einfach mal hier draufklicken, um zu gucken, wie die verschiedenen Stilvarianten aussehen. Sieht alles prima aus. Hier unter dem Bloxy Theme kann man die Unterschiede jetzt gar nicht so gut erkennen, wenn ich hier hin und her schalte. Ist für die Demonstration aber auch nicht so wichtig. Was jetzt auffällt, ist, dass man die Labels gar nicht erkennen kann. Aber hier unter Label kann man dann die Typografie-Farbe umstellen. Machen wir hier unser Weiß. Und wir könnten uns theoretisch auch hier überlegen, ob wir einen anderen Font verwenden wollen, wenn wir die Typografie hier einschalten. Aber ich muss sagen, ich bin eigentlich damit recht zufrieden. Hier ist der Abstand zwischen dem Label und der Box selbst. 5 ist okay. Und unter Input habe ich jetzt die Möglichkeit, da verschiedene Größen für die Formularfelder, für die Höhe der Text Area und Rahmen und so weiter einzustellen. Ich möchte das jetzt so einfach wie möglich halten und da so wenig dran verändern wie möglich. Aber hier zum Beispiel haben wir auch die Frontgröße für die Formularfelder. Alles soweit in Ordnung. Der Button hier unten, Fill oder Outline. Das ist der hier, Submit. Und den Button wollen wir vielleicht in der Mitte haben. Und auch unter Größe können wir ein bisschen größeren Button machen. Ja, wunderbar. Hier könnte ich jetzt beispielsweise noch ein Icon integrieren oder an der Schrift rum experimentieren. Und weiter unten komme ich dann auf die Feldlabel und die Platzhalter, die ich hier oben habe. Das Originalformular ist jedoch ein ganz simples. Das mal hier reingeladen. Da gibt es ja nur zwei Textfelder, Name und E-Mail und den Anmelden-Button. Das heißt, wir können jetzt mal anfangen, damit hier ein bisschen aufzuräumen. Und dazu klicken wir einfach hier in dieses Feld rein. Dann können wir hier oben den Block entfernen. Aber besser noch, ich klicke hier direkt auf die ganze Zeile und dann auf Block entfernen. Die Zeile für E-Mail wollen wir behalten, aber idealerweise nach oben oder nach unten verschieben. Und ich muss hier wirklich mehrfach klicken, um die ganze Zeile zu erwischen. Hier ist das ganze Formular. Darunter ist die Zeile. Wenn ich jetzt einmal nach unten klicke, dann wird das nach unten verschoben. Genauso möchte ich es. Und hier unter Subject kann ich jetzt einfach mal das Label verändern. Ich habe das mal geändert in Anrede, Vorname, Nachname. Und hier weiter unten dann auf Required. Und das gleiche nochmal für E-Mail. Das wird ja bekanntlich etwas anders geschrieben. Bei der E-Mail können wir auch noch diese Input Confirmation aktivieren, wenn wir wollen, dass die E-Mail-Adresse wiederholt wird. Ich persönlich mag das ja gar nicht. Ich kann verstehen, warum Leute das verwenden. Aber ich lasse es mal deaktiviert. Und die Message-Box, die brauchen wir ja bei einer Newsletter-Anmeldung natürlich nicht. Können wir die hier auch wegnehmen. Muss nur aufpassen, dass ich genau die richtige Box erwische. Das sind anscheinend drei Wrapper hier. Und diesen Block kann ich entfernen. Übrigens mit dem Button kann ich dann auch neue Elemente hinzufügen. Machen wir gleich bei dem längeren Formular. Insgesamt möchte ich jetzt vielleicht noch dieses Sätzchen nach unten bringen, unter das Formular. So war es im Original. Und den Inhalt des Buttons ändern. In Anmelden. Im Original haben wir den Links. Hier haben wir ihn in der Mitte. Das macht nichts aus. Gehen wir mal auf Aktualisieren. Neu laden. Und hier ist tatsächlich unser Formular. Wir brauchen noch ein bisschen was Padding. Und sicher muss dieses Formular nicht so breit sein. Also mal das ganze Formular selektieren. Nein, besser noch die Spalte selbst. Denn das Formular wird ja nur so breit, wie die Spalte es zulässt. Also hier oben die Spalte nehmen. Da können wir dann auch direkt mal unsere runden Ecken einbinden. Jetzt sind die Ecken hier abgerundet. Wir brauchen zusätzlich noch einen Innenabstand von 25, vielleicht für alle Felder. Und jetzt können wir die Breite hier gar nicht beeinflussen. Wenn das nicht geht, müssen wir wie immer das darüber liegende Element nehmen und den Innenabstand rechts und links auf einen Wert bringen, der das Ganze ein bisschen kompakter aussehen lässt. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt in diesem Zustand aussieht. Schauen wir uns jetzt noch kurz an, welche Möglichkeiten es gibt für die Formularfunktion. Wir haben hier die Möglichkeiten, alles bezüglich des Input-Feldes zu konfigurieren, aber auch weitere Einstellungen, zum Beispiel was für Messages angezeigt werden, wenn zum Beispiel das Formular abgeschickt wird und Fehler dabei entstehen. Ja, oder E-Mail erfolgreich versandt. Das muss natürlich noch ins Deutsche übersetzt werden. Wir können hier auch eine Policy-Jackbox aktivieren und auch das Recapture-Modul aktivieren. Gute Idee, weil wenn man viel Spam kriegt und das betrifft ja mittlerweile eigentlich jedes Web-Formular. Ach, hier habe ich noch ein paar Sachen gefunden. Die Rezipienten-E-Mail, die kann ich hier auch noch konfigurieren. Und was natürlich super wichtig ist, und dazu muss ich vom Feld selbst rausklicken bis in das Formular, so dreimal. Jetzt ist das Formular selektiert und hier kann ich unter Submit Action sagen, was genau passieren soll. Und wir sehen hier, gibt es bei Cubely nur eine Integration, und zwar Mailchimp. Und da lässt sich bei Mailchimp dann ein API-Key erstellen, der sich in den Einstellungen hier unter WordPress eintragen lässt. Aber es ist natürlich im Vergleich mit dem, was zum Beispiel Cadence-Blocks bietet oder aber auch eventuell das WP-Forms-Plugin verhältnismäßig wenig. Das heißt, rein auf die Cubely-Formulare zu verlassen, ja, muss man schauen. Für viele wird das reichen. Manche haben vielleicht andere Anforderungen, wollen Webhooks nutzen, wollen vielleicht auch deutsche Anbieter nutzen und so weiter. Und da braucht man dann schon ein anderes Plugin. Wenn du das Thema interessant findest oder da weitere Unterstützung wünschst, dann schreib doch einfach in die Kommentare, dass du dir zu dem Thema Newsletter-Integration und Newsletter-Tools dann auch vielleicht ein eigenes Tutorial wünschst. Wir machen weiter mit dem nächsten Block. Und das ist ein ganz einfacher. Und zwar haben wir hier nur eine Überschrift und die drei Bilder hier, die eine leichte Animation haben. Sogenannte Karten. Und da schauen wir mal, was uns Cubely hier für Optionen bietet. Auch hier brauchen wir wieder nichts anderes als erst mal eine Überschrift. Unsere Trainer. Dann müssen wir die Überschrift wieder von ihren Voreinstellungen lösen und haben hier die richtige Überschrift und das Ganze dann mal zentrieren hier auf dem Button in die nächste Zeile. Und hier, nee, keine nächste Zeile, sondern hier unten über das Pluszeichen dann die nächste Row machen. Und hier kommt dann auch nur eine Spalte. Und hier in diese Spalte packen wir dann, ja mal sehen, was uns Cubely hier bietet. Bei Cubely haben wir das normale Bild. Könnten wir natürlich verwenden. Weiter unten gibt es aber dieses Element. Das finde ich eigentlich ganz gut. Könnten theoretisch auch eine Galerie nehmen oder vielleicht sogar ein Teamkarussell. Jetzt haben wir nur drei Personen, die wir hier abbilden wollen. Hätten wir jetzt sechs oder zehn oder zwanzig Teammitglieder, dann wäre das Teamkarussell wahrscheinlich eine gute Idee. Ansonsten nehme ich einfach mal diese Einzelteammitglieder. Und jetzt habe ich hier ein einzelnes Bild. Das ist okay. Gibt verschiedene Möglichkeiten, das Layout hier zu beeinflussen. Einmal den Stack und einmal Side-by-Side. Ich denke, wir schauen uns hier einfach mal an, wie man dupliziert und dabei weitere Spalten erstellt. Denn das ist auch eine beliebte Technik. Wir haben hier das Bild und können hier einfach mal das erste Bild von Markus einfügen. Ich bin jetzt ganz schön groß geraten. Aber das ist egal. Hier unten packen wir dann den Namen rein und 31 Jahre Erfahrung. Die Icons, die habe ich jetzt im Original nicht drin. Aber theoretisch, ja, warum nicht? Unsere Trainer können gerne ihre eigenen Social-Icons haben. So, und jetzt habe ich ja hier nur ein Bild. Ich möchte aber ganz gerne drei Stück nebeneinander haben. Eine Möglichkeit, das zu machen, ist einfach dieses Element hier zu selektieren und dann über die drei Punkte duplizieren. Und jetzt habe ich die beiden Elemente untereinander. Das können wir auch direkt nochmal machen. Duplizieren, jetzt haben wir drei Stück. Aber die sind jetzt natürlich untereinander und nicht nebeneinander. Und ich möchte sie nebeneinander haben. Also muss ich die Zeile aktivieren beziehungsweise die Spalte muss ich ja eigentlich aktivieren. Also wir haben hier die Zeile und dann die Spalte. Hier kann ich unten auf die Zeile klicken oder aber auch, wenn diese selektiert ist, hier reinklicken und dann bin ich bei Team und dann auf Column. Alternativ hier auf das Gliederungssymbol. Und da sehe ich ja auch, dass wir eine Zeile und die Spalte und die drei Teammitglieder haben. Wenn jetzt also die Spalte aktiviert ist, kann ich hier oben auf das Plus-Symbol klicken und nochmal darauf klicken. Und jetzt habe ich tatsächlich, ich das wieder mal schließe, die Möglichkeit, hier unten das Element anzufassen, auf den Ziehindikator und dann hier hochziehen, fallen lassen. Das ist gar nicht so einfach. Nochmal hier oben auf das Plus. Ja, wenn ich jetzt so hochscrolle, dann hat man, dann wird man feststellen, dass mir das Ganze viel zu weit nach oben gerutscht ist. Aber kein Problem. Ich glaube, das ist gut dazu geeignet, hier einfach mal den Block zu kopieren. Team ist in Zwischenablage kopiert und dann hier runter zu scrollen und dort einfach zu zeigen, wie das funktioniert, wenn man das einfügen möchte. Also man muss hier auf den Block und dann erstmal einen Absatz einfügen und jetzt einfach mit STRG-V oder rechte Maustaste und Einfügen hier das Element einbringen. So, das Gleiche machen wir hier. Den müssen wir auch noch retten. Beziehungsweise haben wir den ja noch in der Zwischenablage. Dann können wir die oberen beiden einfach entfernen und wieder nach unten scrollen, den leeren Paragrafen, Absatz einfügen, STRG-V und schon haben wir drei Stück nebeneinander. Jetzt noch schnell die Bilder austauschen. Klicke hier drauf, auf den Bleistift klicken. Dann haben wir noch Klaus und hier war Jojo. Das ist diese Person. Hier noch schnell die Namen ändern. Jojo. Unsere Skateschule hat auf jeden Fall die meiste Erfahrung. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich die Teambilder schon mal auf der Seite integriert. Das Ganze ist noch ein bisschen breit, aber das ist ja kein Problem. Da können wir hier in dem Fall einfach mal die Breite der Zeile beeinflussen. Vielleicht einfach, indem wir hierbei weiter den Innenabstand auch mal auf 100 setzen. Das kommt dem Original eigentlich schon sehr nah. Wir schauen uns mal das Endergebnis an. Unsere Trainer. Es gibt jetzt hier keinen Effekt, aber das Ganze sieht doch sehr clean aus. Das Ganze ist noch ein bisschen weit von der Überschrift entfernt. Also nehmen wir hier vom Innenabstand top einfach mal 50 weg und so gefällt mir das schon deutlich besser. Überschrift darf wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Platz von oben haben. Jetzt haben wir hier auch mehrere Möglichkeiten. Also leider bietet Cubely hier nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, gib diesem Element hier der Überschrift, selektier die mal, gib dir einfach ein bisschen mehr Platz nach oben. Das funktioniert leider nicht. Bei den Cadence Blocks ist das zum Beispiel kein Problem. Da gibt es diese Einstellung überall. Aber wir können bei dem Element da drüber natürlich draufklicken und dann unter Erweitert Margin Top und Margin Bottom, das ist der Außenabstand, hier einfach mal mit rumspielen und siehe da, da geht dann das Element auch weiter runter. Ich denke 40 ist hier ein guter Wert. Vielleicht sogar 60. Ja, so haben wir genügend Abstand zu dem Element da drüber. Und es ist auch eine Möglichkeit, das zu konfigurieren, aktualisieren. Und jetzt haben wir unser nächstes Element. Also mal wieder eine neue Zeile und hier haben wir zwei Spalten diesmal. Im Original sehen wir das auch. Wir haben hier auch ein Gradienten von hellblau zu etwas dunkler. Links die Überschrift und rechts das Formular. Okay, dann fügen wir hier erst mal die Überschrift ein. Kontakt buchen und dann darunter direkt den normalen Absatz. Hier ist unser Text und auf der rechten Seite kommt einfach nur das Formular rein. Okay, wir suchen mal nach Form. Da haben wir den Formbilder. Und auf weißem Hintergrund können wir jetzt auch viel besser erkennen, was diese verschiedenen Stile bedeuten. Ich lasse trotzdem mal auf dem Standardstil hier, weil wir ja noch einen Hintergrund definieren. Also einmal den Hintergrund auswählen und dann Background. Und jetzt können wir mal hier den Gradienten ausprobieren. Ja, das ist wild. Wir nehmen also hellblau auf etwas dunkler. Und jetzt können wir hier unten mit dem Gradient Angle etwas rumspielen. Colourstop 1, 2. Ja, hier sehen wir auch, das geht schon ungefähr in die Richtung. Wir sind tatsächlich, wir haben tatsächlich wenig von der dunklen Farbe drin, also drücken wir die nach unten. So ungefähr. Das reicht schon für einen dezenten Effekt. Diese Box soll die gesamte Breite beinhalten oder einnehmen. Und der Innenabstand spielt dann auch erstmal nicht so eine große Rolle. Oder die Felder müssen wir regelrecht nur umbenennen, weil wir haben hier schon genau die richtige Menge an Feldern hier drin. Vielleicht bis auf hier oben. Und dann kann ich auch direkt nochmal demonstrieren, wie das funktioniert mit den neuen, ich mache hier Add Column. Nein, wir brauchen tatsächlich keine Column, weil wir haben ja nur eine. Also Add New Item. Das hat nicht funktioniert. Ich musste tatsächlich erst das zweispaltige Layout hier einfügen. Das Formular Layout. Also wählen wir das einfach mal aus. Noch ein Klick hier drauf. Und das müssen wir entfernen. Und dann auf Add New Item. Einfach ein Textfeld. Das geht über die gesamte Breite genauso wie ich es brauche. Und dann hier einmal draufklicken, nochmal draufklicken. Und jetzt kann ich den Pfeil auswählen und tatsächlich das nach oben beamen. Und hier möchte ich auch die ganze Formularzeile auswählen. Also nochmal drauf. Und den Block entfernen. Jetzt habe ich es so, wie ich es brauche. Also zuerst einmal hier Anrede, Vorname, Nachname und dann E-Mail korrigieren. So wie vorher auch. Dieses Feld hier ist nicht Subject, sondern Teilnehmervor- und Nachnamen. Dann haben wir hier noch die optionale Nachricht. Wir sehen jetzt hier, was alles optional und nicht optional ist. Wir müssen natürlich dann hier das Required-Feld noch bei den einzelnen Feldern anpassen. Die Anrede sollte auch nicht optional sein. Also Required. Ja, und so haben wir auch ein zweispaltiges Formularsystem. Beim Button noch hinzufügen, jetzt anfragen. Und die Submit-Action entsprechend einstellen der entsprechende Option, die wir hier haben. Und damit ist diese Zeile, dieser Block, auch bereits fertig. Und wir sind schon unten bei unserem letzten Block. Da können wir direkt mal die Zeile einfügen. Und wir brauchen hier auch nur eine Spalte. Und hier kommen unsere Testimonials rein. Mal sehen, was uns Cubely Pro dafür anbietet. Da haben wir auch schon das Testimonial-Carousel mal schnell eingefügt. Und das sieht ja schon mal sehr brauchbar aus. Hier haben wir verschiedene Layout-Typen, die wir vorauswählen können. Erstes Layout, zweites Layout, drittes Layout. Ich glaube, dieses dritte passt ganz gut zu dem, was wir auch vorher schon mal gemacht haben. Dann wollen wir natürlich drei Spalten haben. Gatter ist dann der Abstand zwischen den Elementen, wenn wir das mehr auseinanderziehen. Ja, aber 10 müsste da eigentlich ganz okay sein. Gehen wir einfach mal durch die Settings durch. Sollen wir die File-Navigation anzeigen? Ich würde sagen, ja. Die Dot-Navigation, das sind die Punkte hier unten. Das ist auch sinnvoll, das anzuzeigen. Die Settings für die Arrows. Kann ich verschiedene Typen von Arrows verwenden. Größen einstellen. Auch wunderbar, dass hier die Blöcke schon vorausgefüllt sind. Dann brauche ich die gar nicht mehr zu befüllen. Sehr einfach zu konfigurieren. Hier, ob der Avatar angezeigt werden soll oder nicht. Und auch die Rating-Sterne. Hier können wir zum Beispiel eine andere Farbe aussuchen. Aber ich denke, so ein dunkles Gelb oder Orange ist immer gut. Unter Design kann dann noch die Textfarbe und der Hintergrund eingestellt werden. Aber damit bin ich doch schon wirklich sehr zufrieden. Ich glaube, dieser Block muss sich nicht hinter Cadence-Blocks verstecken. Hier ist wirklich auch alles möglich, was wir im Konkurrenzprodukt finden. Okay, aktualisieren und dann gucken wir mal auf die Seite. Hier auch aktualisieren. Hier sind die Trainerbilder, das Kontaktformular mit Hintergrund und Verlauf. Und hier unten sind die Testimonials, durch die ich durchscrollen kann. Sicher lässt sich zum Beispiel auch noch diese Animationsgeschwindigkeit weiter anpassen. Und im Vergleich zum Generallayout ist es hier bei diesem Layout so, dass wir, naja, wenn wir ganz oben scrollen und dann runtergehen, dann sehen wir, dass das Menü oben, die Kopfzeile, tatsächlich immer fixiert bleibt. Das ist Geschmackssache. Das kann man ein- und ausschalten. Ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich würde sagen, die Startseite an sich ist jetzt fertig designt. Klar, könnte man in Details noch verbessern. Da bleibt uns jetzt nur noch zu schauen. Ja, also ich weiß zum Beispiel ein Block, den wir bei Cadence nicht hatten oder den ich nicht einfach finden konnte. Das ist dieses Google Maps Formular. Hier die Anschrift, das hatte ich damals leer gelassen. Und da können wir einfach mal diese Seite bearbeiten. Formulare hatten wir ja schon zwei Stück. Das muss ich also, glaube ich, hier nicht noch einbinden. Aber die Adresse und der Google Maps Block, das wäre noch interessant. Ich füge mal ein. Ich fange mal Maps eintippen und hier ist tatsächlich die Google Map. Und dann nehmen wir doch einfach mal die südliche Hauptstadt von München. Ja, könnte ich natürlich jetzt hier die genaue Adresse eintragen, muss ich aber nicht. Mir geht es ja eher darum, die Google Maps Funktionalität mal zu zeigen, aktualisieren und dann mal hier die Kontaktseite laden. Und siehe da, hier ist auch unsere Google Maps Karte und ich könnte hier den Routenplaner verwenden. Schauen wir uns auch gleich nochmal an, welche Konfigurationsmöglichkeiten es gibt. Es ist schwierig, hier drauf zu klicken, weil natürlich dann die Google Maps Funktionalität ausgelöst wird. Dafür können wir dann aber hier die Gliederung nehmen und auf Google Maps klicken. Und hier haben wir jetzt ja die Möglichkeit, zum Beispiel den Zoom-Faktor einzustellen. Könnten ein bisschen rauszoomen, ein bisschen reinzoomen. Vielleicht nochmal so. Ja, 10 scheint mir klein zu sein. Und dann haben wir hier verschiedene Styling-Optionen, die dann aktiviert werden, wenn wir hier ein API Key in den Einstellungen hinterlegen. Hier steht es auch, some features require Google Map API Key. Unter erweitert ist es eigentlich nur die Einblende-Animation. und ansonsten können wir hier gar nicht so viel außer den Zoom konfigurieren. Ja, 12 ist ganz gut und vielleicht kann man die Höhe auch noch ein bisschen anpassen. Gerne auf 500 und das können wir mal aktualisieren. Auf der Datenschutzseite hatten wir, weil die so unglaublich lang ist und so viele Unterpunkte enthält, auch mal einen Table of Contents eingefügt. Das könnten wir hier auch mal machen. Mal nach Table suchen und hier ist er tatsächlich, Table of Contents. Und schon ist der Table of Contents eingefügt. Da kann ich dann hier oben auch übersetzen, Inhaltsbezeichnis. Das sieht auch sogar ganz schick aus. Und wir sehen ja direkt, die Zahlen sind hier doppelt. Das liegt daran, dass die Zahlen im Text auch schon vorkommen. Und ich meine, das sind alles H4-Elemente. Wenn ich die ausschalte, dann sind alle weg und alle anderen kann ich ausschalten. Das ändert sich nichts, weil es nur H4-Elemente sind. Aber es ist natürlich voll konfigurierbar. Ist das ganze Ding kollabierbar, collapsible? Kann ich hier anschalten, dann haben wir hier einen Hide-Button. Show Hide. Können wir den Text auch anpassen, wie wir es brauchen. Leider kann ich die Option nicht finden, die Zahl hier vorne auszublenden. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur blind bin. Das sind eine Menge Optionen hier. Wenn ich ein Inhaltsverzeichnis eingefügt habe, dann habe ich auch die Enable Back to Top-Funktion. Man sieht es hier unten, der Button rechts, den kann ich auch links. Hier ist er dann. Der ist normalerweise deaktiviert. Aber es könnte ja Sinn machen, den auf so einer Seite wieder zu aktivieren. Eigentlich ein ganz guter Gedanke. Also rechts. Und ansonsten lässt sich hier wirklich alles einstellen, bis auf, dass die Zahl angezeigt wird. Okay, nicht weiter tragisch. Macht ja auch in den meisten Fällen Sinn, denn mal angenommen, man würde selbst noch am Datenschutzdokument, ja sagen wir mal, zwischen 10 und 11 einen Punkt einfügen, dann müsste man sowieso die ganzen Zahlen abändern. Das ist natürlich immer sehr suboptimal, wenn diese Zahlen im Text schon drin stehen. Deswegen gewichte ich das jetzt mal nicht so stark. Okay, aktualisieren und so haben wir dann auch ein Inhaltsverzeichnis. Bloxy bietet darüber hinaus noch ein paar Zusatzfeatures. Einige davon sind kostenlos, also die Free Extensions und die Pro Extensions. Hier könnten wir zum Beispiel den Cookie Consent anschalten und es gibt tatsächlich eine fertige Möglichkeit, Newsletter-Anmeldungen einzufangen. Reviews für Produkte und Trending Posts, das sind ein paar kleine nette Features und ausgefeilte Menüsysteme lassen sich auch hier bauen. Google Phones lassen sich lokal zwischenspeichern, was an der Geschwindigkeit oder bei der Geschwindigkeit doch helfen sollte. Unter Useful Plugins dann noch der Hinweis auf Stackable, aber auch GetWid, Gutenberg-Blocks, HubSpot-Integration und WP-Forms. Das haben wir installiert, aber werden wir in diesem Video nicht weiter beleuchten. Was, glaube ich, für dieses Video noch besonders wichtig ist, ist ein eigentliches Feature, was du ja bekommst, wenn du Bloxy Pro lizenzierst und das sind die Content-Blocks. Die sind wirklich noch wichtig, denn mit den Content-Blocks kannst du Blöcke an verschiedenen Stellen platzieren und das Ganze basierend auf einem Filtersystem. Also, fügen wir erstmal einen neuen Block hinzu und hier sehen wir dann beispielsweise auch die verschiedenen Typen von Blöcken. Besonders interessant sind hier ja erstmal der normale Content, der über Hooks aufgerufen wird oder auch einfach nur mit Code irgendwo eingefügt. Den Code finden wir ja dann hier im Output. Und dann auch das Pop-Up-Template. Okay, gehen wir einfach mal hier rein und auf Seite bearbeiten und dann hier unten hin und diese Zeile einfach mal kopieren. Row ist in die Zwischenablage kopiert und jetzt in die Content-Blöcke. Dann nennen wir das einfach mal Trainer. Create Content-Block. Und ich füge diesen Block jetzt einfach mal an diese Stelle ein. Und wie du sehen kannst, ist das genauso eingefügt, wie es auch auf der anderen Seite stand. Jetzt muss ich nur noch aktualisieren. Und ja, ich kann hier alles verwenden, was ich auch auf der Startseite oder auf einer beliebigen anderen Seite machen würde. Jetzt nochmal zurück in den Content-Block-Bereich. Und ich sehe ja hier schon Bloxy Content-Block-ID 717. Das ist aktiviert. Dann kann ich hier das einfach mal kopieren. Auf der Seite hier dieses Element entfernen. Und dann brauche ich hier unter der Überschrift einfach nur ein Element danach einfügen. Das sind leere Zeile. Und hier kann ich dann den Code einsetzen, den Shortcode aktualisieren. Und wenn es geklappt hat, dann sollte ich jetzt auf der Startseite weiter unten immer noch die Trainer haben. Und wie wir sehen, hat das fast geklappt. So, eine kurze Weile später. Wir sind tatsächlich Opfer eines Software-Fehlers geworden. Also normalerweise hätte das nicht passieren dürfen. Und da habe ich direkt mal recherchiert, was denn hier eigentlich das Problem ist. Und es ist interessant, es ist tatsächlich nicht unbedingt der Fehler des Herstellers. Dennoch habe ich ein bisschen was zu meckern. Also, ich habe um 15.58 Uhr ein Support-Ticket eingerichtet. Das dürfte 14.58 Uhr deutscher Zeit sein. Und der Hersteller, der Hauptentwickler persönlich, hat zwölf Minuten später bereits geantwortet und mir erklärt, wie man diesen Fehler tatsächlich los wird. Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man fummelt an der Functions-PRP rum, was natürlich nicht optimal ist. Deswegen werde ich einfach mal demonstrieren, wie man das mit dem Code-Snippets-Plugin macht. Kai schreibt nämlich auch, dass es eigentlich gut ist, wie das gemacht ist. Weil wir ja hier den Fall haben, ein Theme unterstützt die Verwendung von unterschiedlichen Blöcke-Plugins verschiedener Hersteller und die haben alle ihre eigene Möglichkeit oder eigene Besonderheiten bei der Erstellung des Codes, muss der Theme-Hersteller dies sozusagen unterstützen. Und eigentlich ist das ein Problem, was der WordPress-Core lösen müsste. Und das wird wahrscheinlich in der Zukunft Schritt für Schritt passieren. Bis dahin müssen wir mit diesem Workaround leben. Das Problem hatten wir natürlich bei Cadence und Cadence-Blocks nicht. Ist ja auch klar, kommt alles vom gleichen Hersteller. Würden wir aber potenziell haben, wenn wir Cadence dann ins Zusammenspiel mit einem anderen Block Plugin verwenden würden. Also zuerst brauchen wir das Code-Snippets-Plugin. Plugins installieren und dann Code-Snippets suchen und jetzt installieren. Dann aktivieren. Und jetzt haben wir hier unter Snippets die Möglichkeit, ein Snippet neu hinzuzufügen. Und hier in dieses Feld müssen wir jetzt den Source-Code einfügen, der im Link aus der E-Mail verlinkt war. Also wir sind hier auf einem Gist. Ich klicke ganz gerne hier auf Raw und dann kann ich einfach das Ganze via Copy and Paste übernehmen und bei Snippet hier neu hinzufügen. Und dann gucken, dass wir das hier oben nicht doppelt haben. Das brauchen wir nur einmal. Hochziehen. Und dann vergeben wir noch einen Namen. Ich habe das Blogsy Kübli-Fix genannt und gespeichert. Und dann ganz wichtig unter alle Snippets unseren Fix noch aktivieren. Klick und jetzt wird er tatsächlich angewendet. Und siehe da, jetzt sieht es hier auf der Startseite richtig aus. Ich habe im nächsten Schritt das gleiche auch für die Team-Seite gemacht. Also unter Seite bearbeiten bei Team diesen Shortcode eingefügt. Und siehe da, hier sieht es dann auch richtig aus. Des Weiteren habe ich hier den Newsletter-Blog. Einfach unter Seite bearbeiten, den Blog selbst, also die ganze Zeile, kopieren und dann unter Content-Blogs wieder einen neuen hinzufügen. Ich habe das hier bereits gemacht. Ich gehe mal auf Bearbeiten. Hier dann mit der rechten Maustaste einfügen und da ist dann unser Newsletter-Blog. Containerstruktur ist aktiviert und hier habe ich die Display-Conditions benutzt. Das heißt, ich füge diesen Blog jetzt nicht manuell irgendwo ein, sondern ich möchte, dass dieser Blog automatisch an bestimmten Positionen angezeigt wird. Und hierbei gucken wir uns dann nochmal ein weiteres Feature von Blogsy an. Also die Conditions sind erstmal include entire website, also auf der ganzen Website anzeigen, aber nicht auf der Startseite selbst, denn da haben wir die Newsletter-Box ja mitten im Content. Ach ja, und wo soll es angezeigt werden? Futter-Before. Das heißt, bevor der Futter unten anfängt, wenn ich hier mal durchscrolle, dann sieht man auch, dass es einige Optionen gibt und das kommt natürlich darauf an, welche Art von Website ich betreibe. Gerade bei Online-Shops kann man hier eine Menge machen und wenn ich zum Beispiel nicht weiß, welches ich hier auswählen muss, kann ich auch auf der Seite selbst hier oben auf Show Hooks klicken und schon werden mir alle Hooks angezeigt. Wenn ich jetzt mal hier runterscrolle, ganz nach unten, dann sehe ich hier auch den Hook Futter-Before. Jetzt weiß ich also, was ich hier in dieser Box auswählen muss. Futter-Before. Ich kann dann einfach Futter suchen. Da ist es Futter-Before und das Ganze abspeichern oder aktualisieren. So, die Hooks kann ich jetzt wieder hier verstecken und ganz unten auf der Startseite, auch wenn ich aktualisiere, ist die Newsletter-Box nicht vorhanden, weil ich habe sie ja weiter oben schon. Auf der Über-Und-Seite aber, wenn ich die mal aktualisiere und dann ganz nach unten gehe, siehe da, hier ist auch die Newsletter-Box. Jetzt habe ich hier noch einen Abstand zwischen der Newsletter-Box, also diesem Content-Block und dem Futter und den kann ich natürlich loswerden, wenn ich hier das Vertical Spacing auf, ja wenigstens auf Nichts stelle oder das untere Spacing deaktiviere. Ich mache mal auf Nichts, aktualisieren, hier auch aktualisieren und siehe da, das Spacing ist verschwunden. Jetzt werden quasi auf allen Unterseiten, Beiträgen und so weiter Newsletter-Adressen eingesammelt. Da, wo das keinen Sinn macht, also vielleicht zusätzlich noch beim Impressum, kann ich hier mit Add Display Condition, Exclude auswählen, dann Page-ID, Page-ID auswählen und hier die Seiten auswählen, auf denen das nicht passieren soll. Zum Beispiel auf den rechtlichen Seiten, zum Beispiel das Impressum, aktualisieren und so kann ich steuern, wo welcher Content-Block eingebunden wird. Im Cadence-Video habe ich unter FAQ hier auch noch ein Akkordeon eingefügt und ich denke, es passt eigentlich ganz gut, wenn wir das auf der Startseite selbst machen, dort, wo die Leute ja etwas buchen können oder mehr Informationen zum Angebot kriegen. Da haben sie auch dann meistens die Fragen und Antworten. Also fügen wir einfach mal hier ein Akkordeon ein. Ich habe hier einfach mal eine Überschrift eingefügt und jetzt an dieser Stelle gehen wir auf Plus und ACC müsste uns eigentlich das Akkordeon liefern. In der Tat, hier ist das Akkordeon und da können wir schon mal die Elemente, die wir brauchen, hinzufügen. Ich meine, ich habe hier vier, eins, zwei, drei, vier Fragen und Antworten. Kopiere mal die Frage raus. Wenn ich dann hier drauf drücke, doppelklicke, dann kann ich tatsächlich den Text hier einfügen. Das habe ich direkt mal für alle vier gemacht und hier kann ich dann den Text einfügen. Auch das habe ich direkt für alle vier gemacht. Aktualisieren und auf der Startseite selbst habe ich jetzt ein Akkordeon, kann hier auf die verschiedenen Fragen klicken und kriege die Antworten geliefert. Jetzt braucht man vielleicht nur noch ein bisschen Abstand hier nach unten und auch dafür gibt es eigentlich ein Element. Da kann ich mal hier drauf klicken und das gesamte Element auswählen und dann hier wieder danach einfügen. Plus und dann mit Spacer. Hier ist sogar einer von Gutenberg, den können wir auch nehmen und den können wir dann tatsächlich hier von Hand anpassen, so wie wir das brauchen. Ist auch eine sehr einfache Option. Aktualisieren und neu laden und siehe da, hier ist unser Platz. Perfekt. Es gibt sicher noch einiges zu entdecken bei Bloxy und bei Cubely, aber für unsere Zwecke und für dieses Video können wir hier einfach mal einen Schlussstrich ziehen, denn wir haben genügend erforscht, um jetzt eine Aussage treffen zu können, ob diese Kombination besser oder schlechter ist als zum Beispiel Cadence mit Cadence Blocks gemischt. Wenn ich beiden Noten oder Bewertungen geben müsste und Cadence, weil ich es zuletzt getestet habe, hat eine 10 oder vielleicht eine 9, dann würde ich sagen, Bloxy und Cubely liegt irgendwo zwischen 6 und 7. Warum? Bloxy und Cubely und mit Sicherheit auch Bloxy in Kombination mit einem anderen Block Builder ist nicht so ausgeglichen und so einfach zu bedienen wie Cadence. Mit Cadence zu arbeiten ist wirklich eine echte Freude, weil alles super flüssig läuft. Bloxy und Cubely hingegen bieten allerdings hier und da noch ein paar mehr Features. Wenn die also viele Features besonders wichtig sind, dann ist diese Kombination vielleicht sogar besser. Wobei man sagen muss, dass sich ja auch Cadence mit Cubely kombinieren ließe. Und das ist die wunderbare neue Welt von Gutenberg und dem Gutenberg Block Builder. Allgemein der Schnittstelle in WordPress, die das überhaupt erst ermöglicht, dass wir verschiedene Module und Softwares von verschiedenen Herstellern miteinander kombinieren können. Wo das Ganze hinführen soll und ob das alles so gut ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber WordPress will das so. Der ganze Markt wird dadurch ja neu aufgemischt, die Karten neu verteilt. Und wir sind hier noch ganz am Anfang. Also es bleibt spannend, es ist spannend, es bleibt auch super spannend. Das wird sich noch zeigen, wer hier als Gewinner hervorgeht. Und es kann durchaus mehrere Gewinne geben. Die eigentliche Frage ist nämlich, solltest du so einen neuartigen Block Builder nehmen wie Cadence und Bloxy und vielleicht in Kombination mit Cubely oder vielleicht doch bei Elementor oder Divi bleiben? Ja, und das ist schwierig zu beantworten. Mit beiden lässt sich nämlich wunderbar arbeiten. Wir haben die Qual der Wahl und die Frage ist, wie gerne möchtest du herum experimentieren mit neuen Softwarepaketen? Was so neu sind, jetzt auch wieder nicht, aber Elementor und Divi sind schon noch ein paar Jahre älter. Cadence, Bloxy und so weiter. Ich glaube, ungefähr zwei, drei Jahre und diese eingefleischten Editoren und Bilder, die sind ja teilweise schon sechs, sieben Jahre alt. Was mich bei diesen neuartigen Paketen besonders beeindruckt ist, wie schnell doch die Arbeit von der Hand geht und das ist das wirklich Entscheidende. Wenn du einmal herausgefunden hast, wie du deine Blöcke am besten gestaltest und mit welchen Optionen du am liebsten arbeitest, geht die Arbeit mit beiden, würde ich sagen, sehr schnell von der Hand. Da ja beide Anbieter die Möglichkeit bieten, abgespeckte Versionen erstmal kostenlos zu testen, solltest du das auf jeden Fall mal machen. Dir einfach mal eine Stunde, zwei Zeit nehmen pro Kombination und gucken, womit du am besten zurechtkommst. Nicht vergessen, ich habe ja hier mit Bloxy und Cubely gearbeitet, aber es gibt ja auch noch Stackable. Haben wir uns gar nicht angeschaut und wenn du dich dafür interessierst, dann hinterlass uns einfach einen Kommentar, ob wir das auch noch testen sollen. Bis dahin kann ich nur mal wieder sagen, unten in der Description und im Begleitartikel findest du unseren Partnerlink. Wenn du darüber Bloxy und Cubely erwirbst, dann bekommen wir eine kleine Provision für unsere Arbeit, ohne dass sich für dich am Preis etwas ändert. Vielen Dank für deine Unterstützung. Bitte hinterlass uns doch noch ein Abo und ein Like, denn diese Videos zu erstellen, das kann ich dir sagen, ist wirklich eine Menge Arbeit, die natürlich höllisch Spaß macht, aber immerhin. Das war es wieder von mir, bis zum nächsten Video, Sascha bei SearchOne, out.